Hallo und RabbitBoom hier. Bleib euch das für Fun, Belagerung von Shanghai in Team Deadmatch. Ja, aber wir wollen ja alle spielen, wir wollen ja ein bisschen für Abwechslung sorgen. Heißt, jetzt könnt ihr sehen, wie RabbitBoom mit Infanterie versagen tut. Vom weinsten Versagen, auf jeden Fall. Äh, warum musste ich außer Recht in Belagerung von Shanghai spielen? Warum Team Deadmatch? Oh, nee. Na gut. Gibt's Schlimmeres? Das machen wir jetzt einfach. Ich bin ja schließlich ein durchschnittlicher guter Spieler. Jeder eliminierte Gegner begibt einen Kill, das Team mit den meisten Kills gewinnt. Wer hätte das gedacht? Was ich am meisten von Shanghai auf jeden Fall hasse, ist dieses Gekämpfer auf dem Dach. Das würde definitiv wieder der Fall sein. Aber da hier kein Commander dabei ist, was ich gut finde, werde ich auf jeden Fall meine G36C mitnehmen mit Schalldämpfer. So werde ich vielleicht den einen oder anderen Kill machen und nicht entdeckt werden. Ich hoffe mal, das funktioniert so, wie ich es vorhabe. Aber so wie es schon leckt und so wie es hier lädt, habe ich so gefühlt, dass man das so wirklich abschmiert. Aber wir sehen uns dann, wenn es herrscht geladen ist. Bis gleich. So, und los geht's. Ähm. Beitreten. So. Shalgi ist drauf und wir haben keine Sicht. Jetzt haben wir es. Sehr schön. Hier ist ja schon ruhig Action, ey. Okay, Junge. Wir sind vor. Und da wollen wir auch bleiben. So, den Hammer. So. Hier gehen wir aufs Ach und springen gleich wieder runter, um zu dem Feinden zu kommen. Wo auch immer sie gammeln werden. So, hier gammelt keiner oben. Wow. Ah, okay. Sehr schön. Die ganzen Feinden sind hier hinten. Das ist kein Dachcampen. Das ist diesmal taktisches Warten. Au, 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 au. Cooles Bild. Also cooles Emblem von dem Typen da. Gefällt mir. Alex, sei unter einer komischen Nooblike. So. Wo bin ich denn hier? Oh, hier. So, Grenade. 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 Jetzt kommst du auf die andere Seite, Jungs. Sehr schön. Ich verrate mich zumindest nicht. Den Fehler mache ich garantiert nicht. Oder habe ich nicht vor zu machen. So, was geht los? Ich bin sogar keiner mehr. Tja, Charlie drauf und unsichtbar, ne? So, hieß auch einer. Oh, du Scheiße. Ich hab mich noch nicht mehr. Nice. Da hat er mich, da hat er mich, da hat er mich, da hat er mich gekillt. Scheiße. So, ah ja genau. Wir wollten hier was anderes drauf machen. Ich wollte dann mal hier mein, mein Holobusier drauf machen. Damit komme ich besser zurecht. Also ich mache, ich nutze gerade den Weg nach außen. So. Was ist das? Ach, Mensch, ich wollte es gerade aufheben. So. So wie es aussieht, ist es, whoopala. Es ist begrenzt auf 100 Kills. Das Ganze. Au, 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 au. Verdammt nochmal. Low Razor. Jetzt füstet uns ein Low Razor. Erst war es ein Hell Razor, jetzt ist es ein Low Razor. Scheiße, Alter. So, wir machen Plan B. Ich hoffe mal, es funktioniert Plan B. Sollte eigentlich funktionieren. Hat eigentlich immer funktioniert bis jetzt. Und zwar von hinten. Wir greifen jetzt von hinten dann. Was? Der war schon tot, lol. Wie kacke ist das denn? Der war ja schon tot. Wow, wow, wow. Fuck. Da war es ein wenig zu viel für mich. Was heißt ein wenig? Das war mehr als nicht zu viel. Scheiße, Dreck. So, wo sind wir jetzt? Ah, Granatenhagel. Zack. 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 Komm zurück. Komm sofort wieder her. Ja, gleich. Chill mal. Ich hab dich gerettet. Nun bin ich ein lieber Mensch. Ich muss halt hier runter segeln. Das war meiner. So. So ein bisschen mit Taktik hier, ne? Ah, gut. Niederhalten funktioniert nicht so, wie ich es will. So, versucht es irgendjemand von euch auch von außen? Ja, ne? Ja. Sehr schön. So, ich werde mal einfach mal voll rushen. Den Typen hier. Einer, dann können wir nach Hause. Oh, es war schon. Das war's. Dein Team hat gewonnen. Dadam. 94. Na, das geht ja. So. Das war's. Was ist wie eine Runde? Team Deadmatch. Macht voll Sinn. Daumen nach oben. Dafür Team Deadmatch. Oh man. So. Oh. Ohne Spender. Und? Bonus. Gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Runde. Also das, also ich mache jetzt noch eine Runde. Also das war ja ziemlich groß jetzt. Bis gleich. So, hier ist wieder eure Boom. Diesmal Vernichtung auf, äh, Flutgebiet. Wer sich jetzt wundert, was war das für eine extrem kurze Runde? Ja, ihr habt gesehen, ähm, die Runde vom Team Deadmatch war ja ziemlich von Arsch. Die war ja ziemlich, äh, kurzsam mal so. Deswegen werde ich jetzt einfach mal, ähm, ich glaube ich packe das mit ins Video rein. In das Fluggebiet. Also mache ich das Fluggebiet plus, ähm, Vernichtung von, was? Alter! Ich kann mich nicht konzentrieren. Spielen und, äh, reden gleichzeitig. Und zwar Fluggebiet plus, ähm, dieses Team Deadmatch mache ich zusammen. In einem Video am besten würde ich sagen, weil das war ja jetzt ziemlich, äh, klein und kurz. Könnte dann vielleicht ein etwas längeres Video werden. Also nicht böse sein, liebe Jungs und Mädels. Willkommen zu unserem Server, folgen unsere Runde und haben Spaß. Cheaters werden bebannt und gepostet, also wenn du einer von ihnen bist, stehe weg. Ich nehme auf, wenn es weitergeht, deshalb wäre zu lange hier. Und da bin ich schon und es geht weiter und es geht los und es wird schon geballert und ich bin viel zu langsam gewesen. Ich muss mal hier reinsteigen langsam. So. Fallschirm auf. Und da fällt da die Bombe. So. Dann wollen wir.